Backabende, süsses und salzig. Haben Sie lieber süsser Teig oder salziger Teig? An diesen Übungen werden Sie beide kennenlernen. Aus süsser Teig, wie z.B. Kuchenteig, Güetzliteig backen Sie. Güetzli natürlich oder backen Küchen. Und aus salziger Teig gibt es dann z.B. Dampfnudeln. Oder Sie backen einen Käskuchen. Oder Schinkengipfeli. Oder sogar ein Apero-Gebäck. Haben Sie Lust? Im Kurs lernen zu backen und zu kochen, Teig zu kneten, auszuwahlen, auszustechen. Und am Schluss zusammenzusitzen und die feinen Sachen selber zu essen. Dazu wird Ihnen dann noch ein Salat oder eine Suppe serviert. Wenn Sie es lustig gemacht haben, dann kommen Sie doch gerne in den Kurs Süsses und Salziges an den Backabenden. Herzlich willkommen! Was ist das?